Die objektorientierte Programmierung ist ein auf dem Konzept der Objektorientierung basierendes Programmierparadigma. Die Grundidee besteht darin, die Architektur einer Software an den Grundstrukturen desjenigen Bereichs der Wirklichkeit auszurichten. Der die gegebene Anwendung betrifft, ein Modell dieser Strukturen wird in der Entwurfsphase aufgestellt. Es enthält Informationen über die auftretenden Objekte und deren Abstraktionen ihre Typen. Die Umsetzung dieser Denkweise erfordert die Einführung verschiedener Konzepte, insbesondere Klassen, Vererbung, Polymorphie und spätes Binden. Definition Die Definition, was objektorientierte Programmierung ist und im Kern ausmacht, variiert und ist auch Veränderungen unterworfen. Alan Kay, der Erfinder der Programmiersprache Smalltalk und des Begriffs Object-Oriented, definierte ihn im Kontext von Smalltalk folgendermaßen. Jedoch drückte Alan Kay später seine Unzufriedenheit über den von ihm gewählten Begriff Objektorientierung aus. Dieser würde den eigentlichen Kernaspekt aus seiner Sicht, das Messaging, zu kurz kommen lassen. 2003 gab Alan Kay folgende Definition von objektorientierter Programmierung. Der ISO-IEC 2382-15 Standard von 1999 definiert den Begriff Objektorientierung dagegen wie folgt. Die ISO-Definition gilt inzwischen im Allgemeinen als zu vereinfachend. Da auch klassenlose objektorientierte Sprachen existieren und auch der Vererbung inzwischen weniger Bedeutung beigemessen wird als noch in den 1990ern Konzepte. Im Vergleich mit anderen Programmiermethoden verwendet die objektorientierte Programmierung neue, andere Begriffe. Die einzelnen Bausteine, aus denen ein objektorientiertes Programm während seiner Abarbeitung besteht, werden als Objekte bezeichnet. Die Objekte werden dabei in der Regel auf Basis der folgenden Paradigmen konzipiert, Abstraktion. Jedes Objekt im System kann als ein abstraktes Modell eines Akteurs betrachtet werden, der Aufträge erledigen, seinen Zustand berichten und ändern und mit den anderen Objekten im System kommunizieren kann, ohne offenlegen zu müssen. Wie diese Fähigkeiten implementiert sind, solche Abstraktionen sind entweder Klassen oder Prototypen. Klasse Die Datenstruktur eines Objekts wird durch die Attribute seiner Klassendefinition festgelegt. Das Verhalten des Objekts wird von den Methoden der Klasse bestimmt. Klassen können von anderen Klassen abgeleitet werden. Dabei erbt die Klasse die Datenstruktur und die Methoden von der vererbenden Klasse. Prototyp Objekte werden durch das Klonen bereits existierender Objekte erzeugt und können anderen Objekten als Prototypen dienen und damit ihre eigenen Methoden zur Wiederverwendung zur Verfügung stellen. Wobei die neuen Objekte nur die Unterschiede zu ihrem Prototyp definieren müssen. Änderungen am Prototyp werden dynamisch auch an den von ihm abgeleiteten Objekten wirksam. Datenkapselung Als Datenkapselung bezeichnet man in der Programmierung das Verbergen von Implementierungs-Details. Auf die interne Datenstruktur kann nicht direkt zugegriffen werden, sondern nur überdefinierte Schnittstellen. Objekte können den internen Zustand anderer Objekte nicht in unerwarteter Weise lesen oder ändern. Ein Objekt hat eine Schnittstelle, die darüber bestimmt, auf welche Weise mit dem Objekt interagiert werden kann. Dies verhindert das Umgehen von Invarianten des Programms. Feedback Verschiedene Objekte kommunizieren über einen Nachricht-Antwort-Mechanismus, der zu Veränderungen in den Objekten führt und neue Nachrichtenaufrufe erzeugt. Dafür steht die Kopplung als Index für den Grad des Feedbacks. Persistenz-Objekt-Variablen existieren, solange die Objekte vorhanden sind und verfallen, nicht nach Abarbeitung einer Methode. Polymorphie Fähigkeit eines Bezeichners, abhängig von seiner Verwendung unterschiedliche Datentypen anzunehmen. Verschiedene Objekte können auf die gleiche Nachricht unterschiedlich reagieren. Wird die Zuordnung einer Nachricht zur Reaktion auf die Nachricht erst zur Laufzeit aufgelöst, wird dies auf späte Bindung genannt. Vererbung Vererbung heißt vereinfacht, dass eine abgeleitete Klasse die Methoden und Attribute der Basisklasse ebenfalls besitzt, also erbt. Somit kann die abgeleitete Klasse auch darauf zugreifen. Neue Arten von Objekten können auf der Basis bereits vorhandener Objektdefinitionen festgelegt werden. Es können neue Bestandteile hinzugenommen werden oder vorhandene überlagert werden. Klassen zur besseren Verwaltung gleichartiger Objekte bedienen sich die meisten Programmiersprachen des Konzeptes der Klasse. Klassen sind Vorlagen, aus denen Instanzen genannte Objekte zur Laufzeit erzeugt werden. Im Programm werden nicht einzelne Objekte, sondern eine Klasse gleichartiger Objekte definiert. Existieren in der gewählten Programmiersprache keine Klassen oder werden diese explizit unterdrückt. So spricht man zur Unterscheidung oft auch von objektbasierter Programmierung. Man kann sich die Erzeugung von Objekten aus einer Klasse vorstellen wie das Fertigen von Autos aus dem Konstruktionsplan eines bestimmten Fahrzeugtyps. Klassen sind die Konstruktionspläne für Objekte. Die Klasse entspricht in etwa einem komplexen Datentyp wie in der Prozedur in Programmierung, geht aber darüber hinaus. Sie legt nicht nur die Datentypen fest, aus denen die mithilfe der Klassen erzeugten Objekte bestehen, sie definiert zudem die Algorithmen, die auf diesen Daten operieren. Während also zur Laufzeit eines Programms einzelne Objekte miteinander interagieren, wird das Grundmuster dieser Interaktion durch die Definition der einzelnen Klassen festgelegt. Die Klasse Auto legt fest, dass das Auto vier Reifen, fünf Türen, einen Motor und fünf Sitze hat. Das Objekt Auto Modell 1 hat schließlich vier Reifen mit dem Durchmesser 60 cm und der Breite 20 cm, fünf rote Türen, einen Motor mit 150 kW und fünf Ledersitze. Ein weiteres Objekt Auto Modell 2 hat vier Reifen mit dem Durchmesser 40 cm und der Breite 15 cm, fünf blaue Türen. Beide Objekte sind unterschiedlich, gehören aber zu der gemeinsamen Klasse Auto. Methoden, die einer Klasse von Objekten zugeordneten Algorithmen bezeichnet man auch als Methoden. Häufig wird der Begriff Methode synonym zu den Begriffen Funktion oder Prozedur aus anderen Programmiersprachen gebraucht. Die Funktion oder Prozedur ist jedoch eher als Implementierung einer Methode zu betrachten. Im täglichen Sprachgebrauch sagt man auch Objekt A ruft Methode M von Objekt B auf. Eine besondere Rolle spielen Methoden für die Kapselung, insbesondere die Zugriffsfunktionen. Spezielle Methoden zur Erzeugung und Zerstörung von Objekten heißen Konstruktoren bzw. Destruktoren. Methoden können Parameter erhalten, die beim Aufruf übergeben werden müssen, und einen Rückgabewert besitzen, den sie am Ende dem Aufrufer zurückgeben. Beispielsweise hat die Methode Addition die Parameter Zahl 1 und Zahl 2 und gibt als Rückgabewert die Summe der Zahlen zurück. In vielen objektorientierten Programmiersprachen lässt sich festlegen, welche Objekte eine bestimmte Methode aufrufen dürfen. So wird meist zwischen folgenden vier Zugriffsebenen unterschieden, die bereits zur Übersetzungszeit geprüft werden. Öffentliche Methoden dürfen von allen Klassen aufgerufen werden. Geschützte Methoden dürfen von Klassen im selben Paket und abgeleiteten Klassen aufgerufen werden. Methoden auf Paketebene können nur von Klassen aufgerufen werden, die sich im selben Paket befinden. Diese Zugriffsebene ist nur bei Programmiersprachen vorhanden, die Pakete bzw. Namespaces kennen. Private Methoden können nur von anderen Methoden derselben Klasse aufgerufen werden. Punkt. Analog zu diesen vier Zugriffsebenen sind in der Unified Modeling Language vier Sichtbarkeiten für Operationen definiert. Attribute Objekte besitzen verschiedene Eigenschaften. Diese Eigenschaften eines Objekts heißen Attribute. Polymorphie unter bestimmten Voraussetzungen können Algorithmen, die auf den Schnittstellen eines bestimmten Objekttyps operieren, auch mit davon abgeleiteten Objekten zusammenarbeiten. Geschieht dies so, dass durch Vererbung überschriebene Methoden anstelle der Methoden des vererbenden Objektes ausgeführt werden. Dann spricht man von Polymorphie. Polymorphie stellt damit eine Möglichkeit dar, einer durch ähnliche Objekte ausgeführten Aktion einen Namen zu geben. Wobei jedes Objekt die Aktion in einer für das Objekt geeigneten Weise implementiert. Diese Technik, das sogenannte Oferriding, implementiert aber keine universelle Polymorphie, sondern nur die sogenannte Ad-Hoc-Polymorphie. Terminologie Die Begriffe der objektorientierten Programmierung haben teilweise unterschiedliche Namen. Folgende Bezeichnungen werden synonym verwendet. Objektorientierte Programmiersprachen Objektorientierte Programmiersprachen unterstützten die Programmstrukturierung mit einem speziellen Datentyp, dem Objekt. Der die Objektorientierung ermöglicht, die rein objektorientierten Sprachen, wie Smalltalk, folgen dem Prinzip, alles ist ein Objekt. Anführungszeichen Auch elementare Typen wie Ganzzahlen werden dabei durch Objekte repräsentiert, selbst Klassen sind hier Objekte, die wiederum Exemplare von Metaklassen sind. Die verbreiteten objektorientierten Programmiersprachen, unter anderem C-Raute, C++ und Java, handhaben das Objektprinzip nicht alle so streng. Bei ihnen sind elementare Datentypen keine vollwertigen Objekte, da sie auf Methoden und Struktur verzichten müssen. Sie stellen dem Entwickler auch frei, wie stark er die Kapselung objektinterner Daten einhält. Die erste bekannte objektorientierte Programmiersprache war ISI MULA 67. Später wurden die Prinzipien der Kapselung in einer Klassenhierarchie dann in Smalltalk weiter ausgebaut. Mit dem ANSI X3-1994-Standard wurde Kommunist CLOS zur ersten standardisierten objektorientierten Programmiersprache und mit ISO 8652 zu 1995. Wurde ARTA 95 als erste nach dem internationalen ISO-Standard normierte objektorientierte Programmiersprache festgelegt. Gängige moderne Programmiersprachen unterstützen sowohl die OOP als auch den Prozedur-Ehen-Ansatz, der in den üblichen Programmiersprachen der 1970er und 1980er Jahre wie Pascal, Fortran oder C.V. herrschte. Im Gegensatz dazu setzt Smalltalk die älteste heute noch bedeutsame OOP-Sprache auf kompromisslose Objektorientierung und hatte damit starken Einfluss auf die Entwicklung populärer OOP-Sprachen, ohne selber deren Verbreitung zu erreichen, weil keine kostengünstig allgemein verfügbare Implementierung angeboten wurde. Auch wenn der Durchbruch der OOP erst in den 1990ern stattfand, wurde die objektorientierte Programmierung bereits Ende der 60er Jahre mit SIMULA 67 als Lösungsansatz für die Modularisierung und die Wiederverwendbarkeit von Code entwickelt. Techniken Objektkonzepte in Programmiersprachen In einigen objektorientierten Programmiersprachen wie JavaScript, Newtonscript und Self wird auf die Deklaration von Klassen gänzlich verzichtet. Stattdessen werden Neuobjekte von bestehenden Objekten, den sogenannten Prototypen, abgeleitet. Die Attribute und Methoden des Prototyps kommen immer dann zum Einsatz, wenn sie im abgeleiteten Objekt nicht explizit überschrieben wurden. Dies ist vor allem für die Entwicklung kleinerer Programme von Vorteil, da es einfacher und zeitsparend ist. In manchen Programmiersprachen, beispielsweise in Objective-C, gibt es zu jeder Klasse ein bestimmtes Objekt, das die Klasse zur Laufzeit repräsentiert. Dieses Klassenobjekt ist dann auch für die Erzeugung von Objekten der Klasse und den Aufruf der korrekten Methode zuständig. Klassen werden in der Regel in Form von Klassenbibliotheken zusammengefasst, die häufig thematisch organisiert sind. So können Anwender einer objektorientierten Programmiersprache Klassenbibliotheken erwerben, die zum Beispiel den Zugriff auf Datenbanken ermöglichen, Entwurf von Objektkonzepten. Die Wortarten einer sprachlichen Problembeschreibung können hilfreiche Hinweise dafür geben, eine objektbasierte Modellierung zu konzipieren. Dabei werden Objekte und Klassen in der Regel sprachlich durch Substantive beschrieben, wobei Eigennamen auf Objekte und Appellative wie Haus und Tier auf Klassen hindeuten. Verben stehen in der Regel für Methoden, wobei Adverbien und Substantive ergänzende Charakterisierungen der Methoden geben können. Die Werte von Objektattributen entsprechen häufig Numeralien oder Adjektiven. Es gibt inzwischen auch Verfeinerungen der objektorientierten Programmierung durch Methoden wie Entwurfsmuster, Design bei Kontrakt und grafische Modellierungssprachen wie die Unified Modeling Language. Einen immer höheren Stellenwert nimmt die aspektorientierte Programmierung ein, bei der Aspekte von Eigenschaften und Abhängigkeiten beschrieben werden. Erste Ansätze sind beispielsweise in Java mit J2EE oder der abstrakten Datenhaltung über Persistenzschichten sichtbar. Grenzen der OOP Das objektorientierte Paradigma hat Vor- und Nachteile je nach Anwendungsfeld in der Softwaretechnik oder konkreter Problemstellung. Abbildung von Problemstellungen auf OOP-Techniken Die OOP kann, wie auch andere Programmierparadigmen, verwendet werden, Probleme aus der realen Welt abzubilden. Als ein typisches Beispiel für Problemstellungen, die sich einer geschickten Modellierung mit OOP-Techniken entziehen, gilt das Kreis-Ellipse-Problem-Objektorientierte Programmiersprachen und natürliche Sprachen. Objektorientierte Programmiersprachen können auch unter sprachwissenschaftlichen Aspekten mit natürlichen Sprachen verglichen werden. OOP-Programmiersprachen haben ihren Fokus auf den Objekten, welche sprachlich Substantive sind. Die Verben sind sekundär, fest an Substantive gebunden und können im Allgemeinen nicht für sich allein stehen. Bei natürlichen Sprachen und zum Beispiel Prozedur-Ehen-Sprachen existieren Verben eigenständig und unabhängig von den Substantiven. Zum Beispiel als Imperativ und Funktion. Es kann argumentiert werden, dass diese sprachliche Einschränkung in einigen Anwendungsfällen zu unnötig komplizierten Beschreibungen von Problemen aus der realen Welt mit objektorientierten Sprachen führt. OOP und Kontrollfluss Häufig genannte Vorzüge des OOP-Paradigmas sind eine verbesserte Wartbarkeit und Wiederverwendbarkeit der statischen Quellkutz. Hierzu werden jedoch die Kontrollflüsse und das dynamische Laufzeitverhalten den Datenobjekten im Allgemeinen untergeordnet, abstrahiert und weggekapselt. Die Kontrollflüsse bilden sich nicht mehr für den Entwickler transparent direkt in den Code-Strukturen ab. Eine Umsetzung in dieser Hinsicht wird dem Compiler überlassen. Hardware-Nähere Sprachen wie das Prozedurale C- oder ÖS-Embler bilden den echten Kontrollfluss und das Laufzeitverhalten transparenter ab. Mit der wachsenden Bedeutung von paralleler Hardware und nebenläufigem Code wird jedoch eine bessere Kontrolle und Entwicklertransparenz der komplexer werdenden Kontrollflüsse immer wichtiger. Das schwierig mit OOP zu erreichen ist OOP und Relationale Datenbanken. Ein häufig genannter Bereich, in dem OOP-Techniken als unzureichend gelten, ist die Anbindung von Relationale Datenbanken. OOP-Objekte lassen sich nicht direkt in allen Aspekten mit Relationale Datenbanken abbilden. Umgekehrt können über OOP die Stärken und Fähigkeiten von Relationale Datenbanken ebenfalls nicht vollständig ausgeschöpft werden. Die Notwendigkeit, eine Brücke zwischen diesen beiden Konzeptwelten zu schlagen, ist als Objekt relational im Lebensmissmatch bekannt. Hierzu existieren viele Ansätze, beispielsweise die häufig verwendete objektrelationale Abbildung. Jedoch keine allgemeingültige Lösung ohne den einen oder anderen Nachteil, Laufzeitverhalten und Energieeffizienz. Die Effektivität des Laufzeitverhaltens von Anwendungen, die auf OOP-Techniken basieren, wird seit jeher kontrovers diskutiert. Alexander Z. Z. George von der Universität Makedonien verglich die Laufzeiteffektivität und die Energieeffizienz von typischen Algorithmen von Prozedura in Ansätzen und OOP-Techniken Implementiert als C und C++ Software Auf dem verwendeten ARM-Prozessor ergab sich für drei Algorithmen im Mittel eine um 48,41% bessere Laufzeiteffektivität mit den Prozedura in C-Algorithmus-Varianten. Es ergab sich außerdem eine im Mittel um 95,34% höhere Leistungsaufnahme der C++-Varianten zu den C-Varianten. Für Anwendungen auf mobilen Geräten wie Handys oder MP3-Spielern mit begrenzten Leistungs- und Energiespeichervermögen sind derartige Unterschiede signifikant, allerdings machen derartige Algorithmen in der Regel nur einen Bruchteil der Applikationen aus. Als Grund für den Unterschied in Effektivität und Energieeffizienz werden in dem Artikel generelle Abstraktionsleistungseinbußen und die deutlich größere Anzahl von Zugriffen auf den Arbeitsspeicher durch OOP-Techniken genannt. Kritik, Modularisierung und andere Prinzipien nicht ausgereift. Luca Cardelli untersuchte 1996 für das DEC Systems Research Center die Effizienz von OOP-Ansätzen in dem Artikel Hebat Engineering Properties of Object-Oriented Languages mit den metriken Programmablaufgeschwindigkeit, Kompilationsgeschwindigkeit, Entwicklungseffizienz für große und kleine Teams und die Eleganz des Sprachumfangs selbst. Er kam zu dem Schluss, dass das objektorientierte Sprachdesign noch viel aus dem Prozeduraren Sprachendesign lernen müsste. Insbesondere im Bereich der guten Modularisierung, der Datenabstraktion und des Polymorphismus, um die hochgesteckten Erwartungen zu erfüllen. Keine Erhöhung der Produktivität gegenüber Prozeduraren Ansätzen, eine Studie von Potokial. Aus dem Jahre 1999 zeigte keine signifikanten Produktivitätsunterschiede zwischen OOP und Prozeduraren Ansätzen. Die Autoren definieren Produktivität in der Einheit entwickelte, geänderte Programmzeilen pro Zeiteinheit und untersuchen insbesondere den Einfluss von Code-Reuse auf die Symmetrik. Sie weisen darauf hin, dass eine Konzentration auf Code-Reuse unter Umständen der objektorientierten Programmierung nicht gerecht wird, da sie sich noch auf andere Weisen positiv auf die Produktivität auswirken könnte. Die Autoren führen mehrere Gründe an, weshalb die Ergebnisse ihrer Studie verzerrt sein könnten. Es könnte sein, dass als objektorientiert deklarierte Software in Wirklichkeit prozedural entwickelt wurde. Sie analysierten nur zwei Generationen objektorientierter Software, was ihrer Aussage nach zu wenig sein könnte. Es könnte sein, dass die Qualifikation der verschiedenen Entwicklungsteams unterschiedlich war. Insbesondere wäre es möglich, dass die objektorientierte Software von geringer qualifizierten Teams entwickelt wurde. Punkt. Die Autoren vertreten die Meinung, diese Punkte trefen nicht zu. Punkt. 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 Vielen Dank.